Das Besondere an Marlene sind erstens die großartige Regie, die super Schauspieler, das gesamte Team. Aber wenn man jetzt nur den Film nimmt, also dann würde ich sagen, es ist, glaube ich, einer der ersten oder der einzige steirische Action-Thriller, österreichische Action-Thriller, der, finde ich, einmal etwas Neues ist. Es geht in Richtung Splatter, du hast alles, also es ist voll bepackt mit, vor die verschiedenen Genres, also du hast eine Liebesgeschichte, du hast ein bisschen Comedy, du hast ein bisschen Splatter, du hast diese Action-Szenen. Und das macht den Film, glaube ich, sehr einzigartig und sehr, sehr spannend und man muss halt bedenken, es ist ein Independent-Projekt, das ich wirklich, wirklich sehen lassen kann. Und das macht es, glaube ich, sehr besonders. ZEIN Untertitelung des ZDF für funk, 2017